Die BLS begrüsst Sie in der S6 nach Wohlhusen, Trubschachen, Langnau und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Litau. Wir treffen in Wohlhusen ein. Der Zug wird getrennt. Dieser Zugteil fährt weiter nach Trubschachen, Langnau. Reisende Richtung Willisau, Huttwil, Langental steigen bitte in den hinteren Zugteil um. Die BLS begrüsst Sie in der S6 nach Trubschachen, Langnau und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Entlebuch. Entlebuch. Hasle. Schöpfheim. Escholzmatt. Trubschachen. Wir treffen in Langnau ein. Endbahnhof. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Die BLS begrüsst Sie in der S6 nach Trubschachen, Wohlhusen, Luzern und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Trubschachen. Wir treffen in Wohlhusen ein. Dieser Zug fährt weiter nach Luzern. Wir treffen in Luzern ein. Endbahnhof. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Vielen Dank.